Nach drei Jahren Bauzeit ist die neue Feuerwache 2 an der Rheinallee offiziell eröffnet. Oberbürgermeister Michael Ebling, der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewens und der kommissarische Leiter der Berufsfeuerwehr Mainz Björn Patzke unterstrichen in ihren Ansprachen die Vorzüge des Neubaus und würdigen die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute zum Gemeinwohl. Das neue Grundstück ist mit 6000 Quadratmeter zwar kleiner als die alte Wache am Barbarossa-Ring, überzeugt aber durch Funktionalität. Wir konnten die Planung von Anfang an begleiten und so auf optimale Arbeitsabläufe Wert legen, sodass hier trotz kleinerem Grundstück die Wache hochfunktional ist, den modernen Gegebenheiten Rechnung trägt und auch alle Arbeitsschutzbestimmungen hier ordnungsgemäß eingehalten werden können. Es ist zum Beispiel daran gedacht, so nach dem Motto, nach dem Einsatz, vor dem Einsatz, wie sind die Abläufe, wenn Fahrzeuge zurückkommen. Wir haben jetzt hier in dieser Wache zum Beispiel extra eine Bestückungshalle, in der Fahrzeuge nach dem Einsatz das dreckige Material abladen können in einem Extra-Bereich und direkt nebendran aus dem Einsatzmittellager sich mit neuen Gerätschaften versorgen können, sodass wir sofort wieder einsatzbereit sind. Und die Feuerwehrleute können sich unmittelbar nach dem Einsatz frisch machen. Hier haben wir unsere Schleuse, wo wir unsere kontaminierte Kleidung ausziehen können und unsere neuen sauberen Wäschesäcke stopfen können, können uns hier eben abduschen, gehen dann eins weiter, wenn wir sauber sind, ziehen uns hier unsere Bademäntel an und können eben durch die Schleuse hochgehen in unseren Sozialbereich. Die Schicht eines Feuerwehrmanns oder einer Feuerwehrfrau dauert 24 Stunden. Deshalb bietet die neue Wache auch Ruheräume, persönliche Spindel und eine Profiküche. Daneben gibt es natürlich eine Vielzahl an Räumen, die zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft notwendig sind, wie Wasch- und Trockenraum, Lager und Werkstatt und der Trockenturm für die Schläuche. Nicht nur die Wache 2 der Berufsfeuerwehr, sondern auch die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Stadt ist im neuen Gebäude untergebracht und über die neuen Arbeitsbedingungen sehr glücklich. Wir haben jetzt endlich alle Fahrzeuge an einem Standort. Das erleichtert uns sowohl die Einsatztätigkeit als auch die Arbeit mit der Jugendfeuerwehr. Wir haben einen eigenen Jugendfeuerwehrraum, wir haben einen eigenen Schulungsraum und wir haben endlich Duschen für alle Kameraden, was wir vorher nicht hatten. 112 rote Luftballons machten die Eröffnung der neuen Feuerwache weithin sichtbar.